Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu OneRackTier auf Piz.TV, heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Bram und mir den Pitta, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guten Tag. Wir schauen uns heute an When Idiots Play Games. Kannst du das Intro nicht einfach aufnehmen? Wieso? Dann musst du das nicht jedes Mal sagen. Das gibt mir Stabilität im Tag. Also ich hab da so einen Soundboard-Knopf, ne? Ja, genau, so zum Beispiel, einfach das einblenden. Kommen wir jetzt darin vor oder nicht? Ich hoffe. Weil wir könnten dann sein. Auch Soundboard-Knopf. In dem kommen wir jetzt vor? Ne, weiß ich nicht. In dem kommen wir vor. Müssten wir ja einsenden, oder wie ist das? Oder andere senden das für uns allen. Ich weiß nicht, ob der das dann ausstrahlt, weißt du, weil die haben ja nicht die Rechte daran. Na genau, da machen sich die Leute auch richtig Gedanken, die Gaming-Content hochladen. Dann nennt euch einfach Pizmeat. Ja. Ob man nicht so greifen kann in Skyrim VR. Ich finde das ist ganz cool, Skyrim VR. Oh nein. Das seid ihr, oder? Der versaut's doch. Oder auch nicht. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh. Oh shit. Was passiert da gerade? Das sieht aus. Das sieht viel zu schnell aus. Oh fuck. Oh 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 oh. Oh Gott. Mach das. Nein. Mach das dir. Alter, diese Torrent-Bugs sind so geil. Nee, geht nicht. Du musst jetzt warten, bis es despawned ist. Mhm. Das hatte ich noch nicht. Ich schon. Ich bin auch schon mal gestorben. Oh. Mein Gott. Alter. Was sieht das denn aus? Wir capturen die Lifetank. Der Hell. Oh Gott. Jesus. Host of Fingers. Was? Das war ja mega gut. Klick, klick, klick. Und tot. Der ist schneller. Er muss jetzt trainieren. So läuft der Amiland, Alter. Er hat geschossen, ne? Ja, eben. Ja, genau. Alter, ist das dumm. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Der Loskop ist besser. Mein, was ist das für eine Maus? Der spielt mit Controller. Jo. Mein Gott. Alter, was ist das für ein... Geil. Oh Gott. GTA 3. Der erste kann nicht schwimmen. Oh ja, stimmt. Der konnte doch nicht schwimmen. GTA 5 war der erste, wo er schwimmen konnte, glaube ich. Dann Andreas, nicht? Könnten wir ja nicht auftauchen? Die Frage. Ohohohoho. Für mich habe ich Teil 5 als erster im Kopf. Oh, woher schreit er? Geh weg von mir! Ja doch, wer ist konnte ich schwimmen. Okay. Ein Profi ist interessiert. Das ist was du kriegst. Ich legge eine Grenade in den kleinen Raum, in der ich hatte. Das ist das! Was ist das denn? Hold fast! Hab ich ja noch nie gehört! Nation! Nation! Was ist das? Was ist das? Oh, hi, Freunde. Ähm... Ähm... WTF? Oh! Oh, shit... Die Grafik ist so hässlich. auf passend das ist ja gut die französische flagge das ist ja obwohl er schon an ratten gestorben ist an was ratten was soja wo wird sie noch abdrängen okay LoL, wie? Oh, nice. Okay. I'm sorry, I'm not in the battle. Oh, yes you are. Didn't I say to get it? Ah, shit. Ho, ho, great gender. Ho, ho, ho. And somehow my bite is... Unscratched. Oh, oh, God. Located the defuser, destroy it. Er passt nicht durch. Doch. Läuft. Wo schießt denn hin? Diese Controller, Leute, ey. Ich dachte, er wollte das Seil durchschießen. Ach, der will... Fenster? Das ist ja mega gut. Es kommt raus. Es kommt raus. Es kommt raus. Oh. Oh, ich bin nicht weg. Out of nowhere. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Postal right here. Right in front of me. What? Oh. Arsch. Hatten Arsch. Oh. Oh, nein. Oh, belastend. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Zieh die an ihm an. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist ein Tank. Ach so. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Lol, ne Bomben Drohne. auch schon lange nicht mehr gesehen sehr gut nice Geil, ähm, oh mein Gott, wie genau kann man treffen, Alter, Alter, Boneworks, auch noch nie gehört. Musst du das selber alles machen? Das, was er gerade macht, wahrscheinlich schon. Ja. Hm. Lass mich aufheben. Hahahaha. 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 Gut, war erwartet. War, 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 war lustig. Ja. Ja, in der Tat. Das war ein stiller Reiter. Das war When Idiots Play Games 242. Nee, man hat uns nicht gesehen, das stimmt. Very sad. Very sad. Trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr mit uns gelacht habt und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.